Hallo miteinander. Heute möchte ich euch zeigen, dass ihr mit einem einfachen Tool eure Studiosachen auch im Sommer draussen braucht. Und zwar geht es um den sogenannten S-Type Adapter von Godox. Das ist ein Adapter, mit dem ihr einen Blitz reinschrauben könnt. Der kommt so da rein und wird dann festgeklemmt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, alle Lichtformer, die Bauenskompatibel sind, sprich die über diesen Anschluss verfügen, könnt ihr einfach montieren und fertig. Oder wenn ihr natürlich sagt, okay, das ist mir jetzt im Sommer zu viel mit einer Softbox und ihr seid mit einem Schirm unterwegs. Dann macht ihr den Schirm auf. Und ihr könnt quasi in den Schirm hineinblitzen. Dadurch, dass der Blitz liegt und parallel zur Achse des Schirmes ist, könnt ihr perfekt damit ins Zentrum des Schirmes hineinblitzen. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das hätte ich aber auch gerne für meine Elinchrom-Lichtformer, die ich habe, dann kann ich euch sagen, das gibt es auch für Elinchrom. Also von daher gibt es für Bauens und Elinchrom. Ist ein gutes Tool, das euch wirklich hilft, euer Studio-Equipment auch mit einem normalen Systemblitz zu verwenden. Hier unten habt ihr den normalen Spigot 5-8-Zapfen, den ihr verwenden könnt. Also ein sehr cooles Teil. Und da bringt man eigentlich alle Blitze hinein. Bis zum 600er EX von der Canon. Oder die grossen Metz-Blitze. Also da gehen alle, auch Godox oder Young Nuo oder so. Alle Systemblitze bringen da wirklich hinein. In diesem Sinn. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag. Ciao zusammen. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.